Von den vielen Unterschieden zwischen Mann und Frau ist eins davon, dass der Mann stärker und kräftiger geschaffen und gebaut wurde als die Frau. Und die Frage mag jetzt sein, warum dieser Unterschied in den Kräften? Hätte Gott sie nicht gleichermaßen ausstatten können? Und wozu hätte Adam jetzt diese Kraft einsetzen können in einem perfekten Umfeld, wie es im Garten Eden der Fall war? Ja, jetzt magst du in die Stadt fahren und sagst, aber ich habe schon mal die eine oder andere Frau bemerkt, die wirkt etwas kräftiger und stärker als jetzt der Mann nebenan. Aber wenn du den stärksten Mann der Welt nimmst und die stärkste Frau der Welt, dann wirst du immer feststellen, dass der Mann ist immer stärker als die Frau. Und gibt es einen Grund dafür? Ist es per Zufall oder gibt es da etwas ganz Bestimmtes, mit was Adam da ausgestattet wurde und wozu er es einsetzen sollte? In der Schöpfungsgeschichte, in der Hierarchie ist Adam die Ansprechperson Nummer 1. Und welche Hierarchie? Die Bibel unterteilt später zwischen Adam und Eva, aber am Anfang, wenn da steht, der Mensch oder den Menschen, damit ist Mann und Frau gemeint. Und der Mensch, sprich Mann und Frau, wurden gesetzt über die gesamte Schöpfung, um über die Erde zu herrschen. Und in dieser Hierarchie war Adam Nummer 1 und Eva war seine Gehilfin. Das heißt, er hätte jetzt die Kraft nutzen können, um ihr zu helfen, vielleicht das größere Obst dazu tragen oder ihr irgendwie anders behilflich zu sein. Und er bekommt als erstes das Bewusstsein. Es stimmt, sie wurden beide am sechsten Tag geschaffen, aber Eva erlangt das Bewusstsein nach Adam. Nachdem Adam geschaffen wurde, wurden die Tiere geschaffen, diese wurden zum Adam gebracht, er benennt sie, findet unter ihnen keinen passenden Partner, wird in einen Tiefschlaf versetzt und aus seiner Seite nimmt Gott die Rippe und schafft daraus die Frau und bringt dann die Frau zu Adam und sie ist also seine Gehilfin. Sprich, in dieser Ordnung ist er die erste Ansprechperson und er ist Gott untertan. Sie, Eva, ist die Gehilfin von dem Adam. Wozu also jetzt die Kraft? Gab es da irgendwas, worauf der Adam hätte achten sollen? Bei der Schöpfungsgeschichte, als sie eingesetzt wurden in den Garten, da, dieses haben wir uns jetzt schon mehrmals angeschaut und Jehova, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Im Hebräischen begann Eden, leavda ule shomra, und das, was bebaut und bewahrt oder bewahrt werden sollte, ist weiblich. Entweder vom Artikel her, wie die Tasse, oder von der Person her, die Frau. Genau, es gibt nichts Weibliches in diesem Satz und Gott, Jehova, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Garten ist männlich und der Erdboden wäre höchstens noch Adama im Hebräischen wegen der Endung weiblich, aber da macht es keinen Sinn, dass Adam sollte jetzt den Erdboden bewahren, sondern etwas Weibliches und was hier in Frage kommt, ist ja Eva, denn wir haben ja schon gesagt, dass in der Bibel am Anfang, bevor die Sonderteilung zwischen Adam und Eva, unter den Menschen, damit ist gemeint Adam und Eva, ja. Aber von der Schöpfungsreihenfolge wissen wir, wer an welcher Position ist. Also, die erste Warnung oder der erste Hinweis ist schon mal, er muss die Eva bewahren oder beschützen. Ist dafür die Kraft gegeben worden? Ist er deswegen kräftiger und stärker, muskulöser als die Eva und könnte eh da jetzt zu Hilfe kommen? Was ist die nächste Gefahr? Hier steht drin, aber von dem Baum, sprich von diesem einen Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Also, zweiter Hinweis, es gibt einen Baum und der Baum war nicht aus Holz. Der Baum, sinnbildlich hier uns gegeben, ist der Feind selbst, die Schlange. Dieser Baum, die Schlange, wird eine Frucht haben und diese Frucht wird sie offerieren wollen. Und die Schwachstelle in dieser Hierarchie wird dann die Eva sein, der Adam soll sie bewachen. Welche Frucht wird es sein? Es wird irgendwas mit dieser Ordnung zu tun haben, mit dieser Hierarchie. Woher wissen wir das? Das wird gleich aus dem Text hervorkommen, dass etwas wird angesprochen und das, was angesprochen wird, hat was mit der Hierarchie zu tun. Und das ist auch, was am meisten Sinn macht, was der Feind angriff. Denn diese zerstörte Ordnung ist die Quelle aller Probleme auf diesem Planeten bis zum heutigen Tag. Okay? Und es wird wieder mit dem Mann anfangen. Wenn er es nicht in den Griff bekommt, dann wird es düster aussehen. Und in den Gemeinden Gottes, da wo Christus lebt und herrscht, da ist diese Ordnung wiederhergestellt. Das ist aber auch eines der stärksten Ordnungen, gegen die gekämpft wird, aus einem bestimmten Grund. Zurück zu der Frage, wozu hat Adam jetzt die Kraft bekommen? Wer war der Feind? Der Feind ist der gefallene Engel der Satan. Hätte jetzt der Adam die Eva beschützen können, indem er die Schlange da abwehrt, jetzt physisch. Schauen wir mal, was Paulus sagt. Waffenrüstung und hier Epheser 6, ich nehme nur ein Vers, Vers 12, hier steht drin, denn unser Kampf ist nicht weder Fleisch und Blut, sondern weder die Fürstentümer, weder die Gewalten, weder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, weder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Das heißt, diese Gewalten, diese Weltbeherrscher, da ist jetzt mit Fleisch und Blut nichts auszurichten. Ein Nahkampf oder ein Handgemängel, das wird nicht helfen. Ist das jetzt, wofür die Kraft eingesetzt werden sollte von dem Adam? War die Warnung diesbezüglich, hier ist ein Feind und beschütze die Eva und kämpfe? Nein, es ist ein geistiger Kampf. Die Spielregeln sind klar. Also physisch kann nichts ausgerichtet werden, aber so wie damals, so auch heute, der Mann kann, um diese Ordnung am Leben zu halten, die Kraft erstmal einsetzen, an der höchsten Stelle, wo sie eingesetzt werden muss, nämlich für sich selbst, sich im Schach zu halten. Zumindest kann in dieser Ordnung die Frau, wenn sie jetzt genutzt werden soll, um diese Ordnung zu zerstören, ihn nicht zwingen. Physisch, ja, körperlich. Denn in der letzten Instanz ist auch der Stärkere, der auch physisch die Macht hat. Wenn alle Stricke reißen, wenn es darauf ankommt, wird Gott am Ende auch durch physische Kraft hier alles wieder herstellen. In der Zwischenzeit gibt er uns Chance und Auswege und Möglichkeiten umzukehren, aber am Ende, ja, das wird nicht entschieden durch wer will, am Ende durch Kraft. Die Kraft also von Adam kann er erstmal einsetzen, um Stand zu halten, zu sagen, egal was passiert, die Frau kann mich schon mal aus dieser ersten Position nicht drängen. Und die Spielregeln sind auch nicht so, dass die Schlange würde kommen, die ist ja viel, viel stärker als der Adam. um jetzt den Adam von seiner Position zu schubsen durch Gewalt. Aber wovon ist der Feind jetzt gefallen? Wodurch? Was ist passiert? Jesaja 14 sagt jetzt ganz klar. Der gefallene Feind, also der Satan im Garten Eden, wollte die höchste Position haben, den Thron Gottes. Es ist also jetzt logisch, dass das ist auch die Frucht, die er anbietet. Aber wem würde er sie anbieten? Denn der Adam war ja an der ersten Position über die ganze Schöpfung Gottes. Und er war Gott untertan. Das, was im Himmel war, das weiß der Adam nicht. Er sieht die ganze Welt und er ist Nummer eins. Was hätte er wollen können? Wen könnte man noch ansprechen? In dieser Union die Frau. Man könnte doch zu Nummer zwei gehen und fragen, du sag mal, wie siehst du das? Könntest du nicht auch die Nummer eins sein? Das macht viel, viel mehr Sinn, dass das war Bestandteil, mit was er Adam und Eva verführte und in die Übertretung lockte. Zerstöre diese Ordnung, damit habt ihr gegen Gott gesündigt. Denn wenn ihr bereit seid, das anzunehmen, die Frucht zu essen, in einer anderen Ordnung zu leben, dann hat er sie auf seine Seite gezogen. Dann haben sie auf ihn gehört und nicht auf Gott. An dem Tag, wo das angeboten wurde, hätte Adam diese Kraft einsetzen können für etwas Bestimmtes. Zumindest hätte er an dem Tag sagen können, Eva, mein Schatz, komm mal da weg von dem Baum. Ich sehe gerade, der Baum verführt dich, weil der ist schön anzusehen und die Frucht macht weise. Ich werde dich nicht davon essen lassen. Und du wirst mich nicht zwingen können, das zu tun, was die Schlange will. Die Spielregeln sind nicht so, dass wir jetzt hier kämpfen müssen, aber ich kann dich abhalten davon. Und wenn du Kleinkinder hast, dann hast du wahrscheinlich schon mal damit zu tun gehabt, dass die Kinder wollen irgendwas greifen, was vielleicht verletzlich wäre oder zur Stromdose oder irgendwas Unhygienisches und dann bist du aufgerufen, das Kind da wegzunehmen. Das Kind schreit erst mal. In eine gewisse Form hast du das Kind erst mal übermannt, aber zu seinem Besten, um das Kind zu beschützen. Keine gute Mutter oder guter Vater würde sagen, naja, um das Kind erst mal seinen Weg zu gewähren, lass es machen, was es will. Das würde heißen, physisch gesehen, die Kraft, die Adam hatte und mit den Spielregeln, die herrschten, hätte dieser Zustand nicht herrschen können. Eine rebellische Frau und ein Mann, der in die Übertretung gefallen ist, denn es gab keine Grundlage, dass das passiert. Es gab eine Möglichkeit, dass das passiert. Aber das sind die Spielregeln bis zum heutigen Tag auch. Die Spielregeln sind so, dass es in jedem christlichen Haus gut laufen kann oder ganz stark daneben, weil der Mann lässt die Frau das machen, was sie will. Und in einem gefallenen Zustand wird es schwer sein, denn das Problem liegt jetzt auf der Seite des Menschen, in dieser Ordnung jetzt zu leben. Die Ordnung hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist die Gesinnung. Nicht mehr so sein zu wollen. Frau will jetzt herrschen und das wird auch angesprochen, gleich in der Schöpfungsgeschichte nach dem Sündenfall. Also heute zurück zu dem Thema, 5. Mose 10. In der Tora, da steht drin, dass wenn der Mann sich vergeht an der Frau, gewaltsam oder er missbraucht sie, darauf ist die Todesstrafe. Amen? Amen. Denn was für ein Mensch, ja, malträtiert andere, Frauen oder Kinder, um sich durchzusetzen, weil er sich dadurch besser fühlt. Die Spielregeln sind die, dass auch wenn der Mann stärker ist, sie soll sich ja interessieren für ihn, weil er würde diese Kraft ja einsetzen zu ihrem Schutz, aber nicht, damit sie über ihn herrscht. Okay? Er gibt diese Kraft nicht ab, damit sie an erster Stelle kommt. So wie sie es will. Aber mit dieser Frucht wurde sie ja da konfrontiert. Und das wird auch fortwährend sein, was sie bewegt. Du kannst einen Raum füllen mit Frauen, die haben Kopftuch und tragen Röcke und lesen die Bibel. Tief im Inneren haben sie es entweder schon besiegt oder spüren es immer noch, dass sie manchmal den Mann reinreden wollen. Die können es vielleicht gar nicht erklären. Wenn du sie fragst, warum gehst du deinen Ehemann so an? So redest du ihn mit deiner Freundin nicht, mit deinem eigenen Chef, da würdest du es nie wagen. Er ist auch ein Mann. Warum speziell bei deinem Ehemann? Noch nicht mal mit deinem Bruder oder deinem Vater. Warum ist speziell bei deinem Ehemann, dass das immer aufkommt? Naja, es führt zurück zu das, was im Garten Eden war. Die Frau will über den Mann herrschen, aber er wird über sie herrschen. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass sie diese Macht an sich nehmen kann, denn er ist ja der Stärkere und dafür würde ich sagen, wurde die Kraft als erstes gegeben. An der Position bist du sicher, die Frau kann dich nicht übermannen. Du kannst zumindest sagen, ich mache es nicht, ich rate dir es nicht zu machen und wenn du weiterhin dahin gehen willst, da läufst du in den Tod, aber ich werde mit dir nicht gehen. Bleib an meiner Seite. So viel ist sicher. Macht Sinn? Okay. Deswegen, wenn du irgendwo in deine Gemeinde reingehst und auf der Kanzel predigt eine Frau und lehrt das Wort Gottes, entgegengesetzt zum Wort Gottes, dann kannst du dieses Urbild vor Augen haben und sagst, da wo eine rebellische Frau ist, ist auch ein rebellischer Mann und ich kenne Ehepaare, die sich gläubig nennen, die in solchen Gemeinden gehen. Okay? Wo die Frau die Führung ist. Die Frau führt und leitet alles, lehrt, macht halt den Dienst und da gehen Männer und Frauen dahin. Da brauche ich nichts suchen, aber es gibt Menschen, die sagen, naja, es ist schon so, weil Gott hat ja auch der Frau die Chance oder die Möglichkeit offeriert, das zu tun. Wie kann Gott sich widersprechen? Schau mal hier, das wird eine Frau dir höchstwahrscheinlich nie vorlesen. Ich habe es noch nie gehört von einer Frau, dass sie dir das hier vorliest. Paulus sagt, ab Vers 11 lese ich mal, ein Weib lerne in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. Huch. Neues Testament. Ich erlaube aber, einem Weibe nicht zu lehren. Und du wirst gleich sehen, er zieht das aus der Schöpfungsgeschichte, denn da fing ja auch alles an. Noch über den Mann zu herrschen, denn dadurch, dass sie lehren will, diese Lehrposition hat, speziell in der Gemeinde, herrscht sie über den Mann, sondern still zu sein. Und was heißt es jetzt? Was ist meine Chefin da, wie das Wort es schon sagt, eine Frau ist? Soll ich da nicht gehorchen? Wo ist da mein Problem? Du bist in einer Firma, in der Hierarchie, hat irgendein Mann gesagt, dass diese Frau bekommt diese Position, ist da deine Chefin. Wo ist das Problem? Ist da nicht deine Frau? Führe deine Arbeit aus. In der Schule gab es auch viele Lehrern oder Lehrerinnen und da musstest du da Noten und Arbeiten und Mappen abgeben und schreiben. War das ein Problem? Nein. Aber im Hause Gottes, wenn es um Mann und Frau geht, ein jeglicher ist Haupt über seine Frau. Das ist Gottes Ordnung. Das ist auch eins der höchsten Ordnungen, die heute angegriffen werden. Ob außerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Gemeinde. Die Gesellschaft kann dieses Bild gar nicht ertragen. dass es immer eine Quittung dafür gibt. Das will keiner wissen. Die Quittung kommt so oder so. Ist nur die Frage, welche Quittung ist der Lieber? Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, Paulus geht auf dieses Problem zurück und sagt, dass ich erlaube aber einem Mann, einem Weibe nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, haben wir in der Einleitung gesagt. Und Adam wurde nicht betrogen, das Weib aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie, also die Frau, wird aber gerettet werden in Kindesnöten. Paulus weiß exakt, was er hier meint. Wir gucken uns gleich den Text an. Wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sitzsamkeit. Da ist ein Ausweg aus dieser Misere, die der Mensch sich geschaffen hat. Beide unglücklich, Ehescheidungen, Rekord hoch, kein Frieden zu Hause, weil die Frau nicht sitzsam oder nicht hören oder nicht unterwürfig sein kann. Und sie meint, sie muss auch herrschen. Warum muss er denn herrschen? Und es muss auch mal reichen, dass der Mann immer herrschte, die Frau war immer unterdrückt, all so ein Zeugs. Aber keiner ist glücklich. Und ich gebe mal ein paar Beispiele gleich. Also nochmal zurück, zumindest vor diesem Zustand hätte der Adam die Eva retten können. Zumindest da. Nicht gegen die Schlange. Physischer Kampf, das sind nicht die Spielregeln. Aber er hätte die Frau wehren können. Nein, Schatz, das machst du nicht. Wirklich, ist Gefahr. Hier ist der Tod drauf. Komm weg. Wenn er es aber nicht macht und Gott trifft diesen Zustand an, dann ist es klar, es war mutwillig und gewollt. Die sind ganz klar gegen die Spielregeln gegangen. Also Paulus sagt, dass dieses, was die Frau herrschen will, hängt mit der Schöpfungsgeschichte zusammen. Und ganz klar ist das so. Hier die Aussprüche. 15 ist über die Schlange und zwischen den Samen, der Frau, den Mensch, Mann und Frau, denen wird jetzt Erlösung mit auf dem Weg versprochen, wenn, wenn sie sich an gewissen Dingen halten. Denn wir wissen jetzt durch Kain und Abel, dass Erlösung ist nicht automatisch für die Menschheit. Aber speziell bei einer Aussage über den Kain und einer Aussage zu der Eva sehen wir ganz starke, wichtige Parallelen. Die schauen wir uns an. Jetzt zu der Frau, Vers hier, 13, Und Jehova, Gott sprach zu dem Weibel, Was hast du getan? Und das Weib sprach, die Schlange betrug mich und ich aß. Das stimmt auch, aber Adam tat nichts. Okay? Also, er wurde nicht verführt, er wählte es, auf die Frau zu hören. Er aß auch von dieser Frucht. Er willigte ein, ihr zuliebe, wie er es heute auch immer macht. Ihr zuliebe lässt er sich verführen, um sie nicht zu verlieren. Dann macht er mit, er bangt, macht ihren Heiratsantrag und hofft, dass sie hört. Sie will erst mal frei sein, dann lasse ich ihre Freiheit, ehe sie mich verlässt. Also, in dieser schwachen Verfassung ist der Mann nicht in der Lage, die Ordnung wieder herzustellen. Aber es fängt mit dem Mann wieder an, wie damals auch im Garten Eden. Wenn der heutige Mann im christlichen Hause oder in der Gemeinde sich nicht wieder herstellen lassen wird, oder er kann es nicht, dann ist es verloren. Dann kann er so viel Jesus predigen und Bibel lesen, wie er will. Es ist harte physische Arbeit, die er an sich machen muss. Er kann immer sagen, egal was ist, ich stehe hier an der Position, bis Gott bereit ist, dass ich heirate. Und ich werde unter keinen anderen Umstand heiraten, außer, dass mein Haus geführt wird nach der Ordnung Gottes. Und die Frau kann gerne damit eintreten oder da mitmachen als Gehilfin, aber ich werde ihr diese Position nicht überlassen, denn es führt ja zu geistigen oder zu dem physischen Tod, beides, wenn die Frau den Ton angibt. Es ist ihr nicht gegeben worden. Die Ordnung Gottes ist, dass man ist Ansprechpartner Nummer 1. Und jedes Haus muss das bewahrheiten und auch leben. Schwer in einer gefallenen Gesinnung gibt es aber keinen Ausweg. Okay, machst du der Freund damit? Nein, aber es ist so, wie es ist. Also, jetzt hier zu dem Weibelsprache. Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. So, jetzt hängt da etwas mit das, was vorgefallen ist, zusammen mit was Gott hier ausspricht. Denn am Anfang hat er auch gesagt, als er sie einsetzte über die Schöpfung, das Mensch wird ja herrschen über alles, seid furchtbar und mehret euch. Das wird ja angesprochen. Aber das wird weiterhin so sein. Nur mit dieser Änderung, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. und herrscht über die Erde und alles, was Gott geschaffen hatte. Wie war die Hierarchie? Naja, haben wir gerade gelesen. Paulus hat es auch bestätigt. Der Adam wurde zuerst geschaffen, dann die Frau. Also, du bist in der Position als Gehilfin. Aber jetzt spricht Gott etwas an. Es muss also zusammenhängen, mit was passierte im Garten Eden. und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Normalerweise wäre dieser Satz überflüssig, wenn es jetzt nicht zum Thema wurde. Weil es war ja klar, dass Adam an der ersten Position ist, hat Paulus uns gerade erklärt. Haben wir auch schon selber gesehen, dass die Schöpfungsgeschichte hat uns das ganz detailliert erklärt. Erster Adam, dann die Tiere, dann die Eva. Ja, alles am sechsten Tag, aber hier ist die Reihenfolge. Nicht ohne Grund. Mann ist stärker, um der Frau zu dienen. Spätestens kann er sich selbst beherrschen. Spielregeln sind die. Die Frau soll er freiwillig, den Mann sich wünschen. Und der Mann kann sagen, ja, ich stimme mit überein, aber er bangt nicht wegen einem Heiratsantrag. Okay. Weicheier nach Weicheier in der heutigen Zeit. Ja, meinetwegen pro forma kann er das mal ansprechen. Ja, den Antrag gerne machen. Aber der Mann heute bangt ja regelrecht, die Frau überhaupt anzusprechen. Okay. So. Und beide schaukeln sich dann irgendwas hinein. Kommen wir ein bisschen noch gleich drauf zu sprechen. Zum Abschluss aber hier erstmal zu diesem Thema. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Der Punkt wird nochmal hervorgebracht. Warum? Eine geänderte Gesinnung. Jetzt wird die Frau es wollen. In der gefallenen Gesinnung wird das fortwährend ein Problem sein. Aber er wäre imstande, er wäre imstande, über dich zu herrschen. So sollte es sein. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Jetzt vielleicht hast du keinen Gefallen mehr dran. Jetzt in der Gesinnung, dass du dich von der Frucht gegessen hattest, warum nicht ich Nummer eins? Ja. Der Feind hat sie mit seinem Geist infiziert und sozusagen auch den Mann, die sind beide abgefallen und jetzt muss sie schwer unter dieser Position leiden. Wenn ihre Gesinnung aber erneuert ist, dann ist es kein Problem. Also Christus ist der einzige Ausweg. Also eine Frau, die krakelt und will nicht auf den Mann hören, hat noch nicht viel mit Christus zu tun oder kämpft noch damit. Wenn sie das ganz ablehnt und sie sagt, sie gehört zu Christus, dann gehört sie nicht zu Christus. Sie mag sagen, ich kämpfe damit, es ist schwer. Aber wenn sie dir sagt, nein, die Ordnung ist ganz normal, ich kann auch herrschen, ich kann auch lehren, dann gehört sie nicht zu Christus. mag sie machen, was sie will, soll gelehrt werden, das wird so weitergehen bis zum Ende der Zeit, aber das ist erstmal die Wahrheit. Das ist, was Gottes Wort sagt. Erstes und Neues Testament. Findest du viele Menschen, die es befolgen? Nein, aber es ist so, wie es ist. Okay, also dieses nochmal, ich komme nochmal drauf zurück und dann gucke ich mir keinen an. Und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Dieser Satz kommt jetzt bei Kain direkt vor, denn durch Kain, wenn wir jetzt sehen, dass ja, Erlösung wurde angeboten, aber er ist nicht automatisch. Und das wird jetzt hier dem Kain gesagt. Was macht Kain, bevor er seinen Brüder, den Abel jetzt tötet, sagt der Vater, dass warum senkt sich dein Anlitz so? Denn es ist nicht so, dass wenn du wohl tust, dass es sich erhebt und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Achtung, die Sünde lagert vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Ist der gleiche Wortlaut, wie es der Eva gegeben wurde. Dein Verlangen wird auf deinen Mann sein. Das heißt, der Kontext von dem Verlangen ist nicht positiv her. In diesem Fall. Aber sie kann daraus, hat Paulus auch erklärt, durch Kindesnöten, durch diese Geburt, diese Neugeburt. Ja, sie bekommt die Kinder, bringen sie zur Welt, aber so ist auch die Neugeburt schmerzhaft. Sich wieder unterzuordnen, ist sehr, sehr schmerzhaft für sie. Anders kann es nicht sein. Das würde jede Frau erklären, die Gott sucht. Das wird eines der größten Kämpfe sein, zu hören. Dann mag sie jetzt fragen, aber welchen Mann soll ich mich unterordnen, der nicht mal imstande ist, sich selbst zu beschneiden? 5. Mose 10, Vers 16. Der immer nach seinen Begierden, nach seinen Gelüsten. Es ist so, wie es ist, aber es gibt keinen anderen Ausweg. Denn man muss an die Position zurückkommen. So, mit der Quittung, was den Menschen nicht gefällt, es wird immer eine Quittung geben. Gerade diese Thematik Ehe. Wenn man jetzt sagt, dass Menschen sich nicht binden wollen, weil die wollen lieber frei bleiben und die Frau sagt, aber ich habe gerade einen Riesenauftrag bekommen in München, in die große Stadt, alle Freiheiten. Ich bin noch jung und begehrlich. Es knistert so. Ich möchte es auskosten, mich jetzt zu binden an einem Mann und dann Kinder zu kriegen. Genau das ist die Rettung. Man wird nicht gerettet durch Kinder kriegen, aber da steckt eine Weisheit dahinter. Dass wenn eine Frau Schutz sucht, dass sie sagt, okay, ehe ich jetzt hier durch die Welt gehe und mich nicht entscheiden kann, was ja auch eine Form von Opfer erstmal ist, dann nehme ich doch das Opfer, wie Gott es sagt. Das ist das Beste. Ich ordne mich einen göttlichen Mann unter, der der imstande ist, seine Kraft einzusetzen, um sich zu beschneiden, um, dass er nicht verführt wird. Das ist eigentlich auch die beste Wahl für sie, der sich nicht verführen lässt, aber scheinbar dadurch, dass dieser Geist da ist, immer verführen zu wollen, sind alle verblendet. Also sagt die Frau in München, weißt du was, ich möchte lieber mein Leben erstmal leben. Ich kann noch nicht drüber nachdenken, mich zu binden. Naja, aber für dieses Geistsgut gibt es ja auch ein Ablaufdatum, denn eines Tages ist diese Phase ja vorbei. Eines Tages ist man nicht mehr begehrlich und jung und hat alle Optionen und dann ist man jetzt vielleicht 45 und hat aber die große Karriere jetzt geschafft. Was für ein Beispiel auch immer, ich denke, es wird genug in der Welt dafür geben. Jetzt sagt die sich, jetzt bin ich bereit, mich zu binden, aber wie viele 50-Jährige oder 45-Jährige gibt es jetzt, die ähnlich so gelaufen sind und die jetzt bereit sind, gerade mit ihr. Der 50-Jährige würde vielleicht sagen, naja, um noch Chancen zu haben, Kinder zu kriegen und sie lange zu sehen und dass sie noch vielleicht bei einer jüngeren Mütter jetzt aufwachsen, nämlich lieber eine jüngere und keine 45-Jährige, also vielleicht eine 30-Jährige. Ihnen fällt es vielleicht einfacher. Und dann merkt sie, aha, jetzt habe ich damals die Quittung nicht haben wollen, mich zu binden, jetzt habe ich eine andere Art von Quittung oder Rechnung und die gefällt mir nicht so ganz. Und dann wird sie sauer und sagt, die Männer sind doof und wie kann man überhaupt noch jemandem vertrauen? Naja, Vertrauen heißt ja auch, dass man hat sich nicht gebunden und man hat logischerweise auch immer solche Menschen angezogen, die ebenfalls sich nicht binden lassen wollen und man will sich ja nicht binden, aufgrund des, dass man ja Optionen offen hat. Und wenn aber der andere plötzlich innerhalb einer Beziehung andere Optionen sucht, ist man plötzlich sauer, dass es jetzt einen trifft, aber hat man sich selber ausgesucht. Und bis man da wieder rauskommt, kann ich dir sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung von anderen, du kommst mit nichts davon. Lieber es gar nicht gemacht zu haben, aber wenn der einzige Ausweg ist, kehre zurück zu der Ordnung, du kommst mit nichts davon. Du musst es entweder schwer aufarbeiten, nochmal angehen, deine Gesinnung erneuern, mit dem, was jetzt über ist, weitermachen, es gibt keinen anderen Ausweg, aber den Ausweg gibt es, wenn man bereit ist. Macht Sinn? Paulus erklärt es, die Menschen wollen es halt nur nicht. Jetzt sagt die Frau, nun jetzt nehme ich einen Jüngeren, das wäre die beste Auswahl, der zu mir hochschaut. Wäre auch gegen die Ordnung Gottes, denn er soll ja herrschen. Aber es gibt nichts vom Potenzial her, womit der Mann herrschen kann. Er ist zu jung, zu unerfahren, er weiß gewisse Dinge gar nicht, er ist zu unsicher und sie wirkt erstmal sicher an seiner Seite. Eines Tages lesen sie vielleicht auch 1. Timotheus Kapitel 2 und stellen fest, huch, das Wort Gottes sagte, der Mann soll hier im Haus der Herr sein, aber ich kann zu diesem Mann gar nicht hochgucken. Auch das hat wieder geprickelt, als ich merkte, meine Optionen gehen jetzt langsam aus, ich nehme mir nochmal einen Jüngeren, Unerfahrenen, hätte ich so nicht gemacht vorher, aber jetzt mache ich das oder auch schon vorher gemacht, weil es damals auch prickelte und jetzt hat man den Salat nach 10 Jahren und merkt, der Mann kann ja gar nicht führen. Das Einzige, was jetzt höchstens noch bleibt, um dem Wort Gottes gehorsam zu sein, ist ganz zu schweigen, aber ist auch unbefriedigend, denn wenn ich ihn nicht belehren soll, er aber nichts kann, kann ich nur schweigen, bis er es lernt. Und das mag jetzt dauern und jetzt ist der Schmerz groß, wie wir es am Anfang gesagt haben. Die Quittung gibt es immer. Hätte man sich damals gebunden, hat gesagt, weißt du was, ich überwinde jetzt, diesen Drang herrschen zu wollen und ich werde mich jetzt der Ordnung Gottes unterwerfen, dann habe ich vielleicht die Quittung, aber es ist Gottes Weg und das ist auch der Prozess, durch welchen ich wiedergeboren werde. Das ist ja, was Paulus meint. Nicht eine Frau wird automatisch erlöst, weil sie Kinder bekommt, sondern mit der Gesinnung, ich will weg von dieser Herrscherposition, welche der Feind mir trügerischerweise offenbarte und ich nahm es an, denn es gibt sowas gar nicht in der Ordnung Gottes. Der Feind hat es ja auch versucht, ihm ist ja gefallen. Also hat er die Frau infiziert mit diesem Geist und der Mann stand daneben wegen Schwäche, weil er der Frau da gehorcht hat. So macht der Mann es heute auch, hat Angst, die Frau anzusprechen, sie würde herrschen, die Gesellschaft würde es sich billigen. Was werden die Eltern sagen? Was würden die Nachbarn sagen? Dann höre ich lieber, weil bei denen ist es auch ja so. Bloß den Ton nicht angeben, dann siehst du öffentlich wieder die Frau da, den Mann auf den Kopf klatscht und da Sprüche macht oder sie sagt, er soll erstmal nach Hause gehen kochen oder schrubben und der Mann sagt, ei ei, machen wir und keiner kehrt zurück zu der Ordnung Gottes, weil es ist zu mühselig. Aber die Quittung gibt es immer irgendwo und dann hast du hohe Scheidungsraten oder unglückliche Ehen wegen dieser Thematik. Also die Kraft, die gegeben wurde, die ist da, dass der Mann wieder hergestellt wird und er muss an sich anfangen, nicht schimpfen, fang an dir an, ist der einzige Ausweg. Und mit den Männern, die man zu tun hatte, das ist das Einzige, was man offeriert hatte. Die Kraft ist nicht da, um jetzt rauszugehen, um da irgendwas zu besiegen. Du musst dich besiegen. Bring dich wieder in Position, eins mit Gott, dass er dein Herrscher ist, dass du ihm untertan bist, dass du Christus zum Haupt hast, wie auch der Paulus, der diese Thematiken ganz klar verstanden hatte, uns erst lehrte, hier, Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, des Weibes Haupt, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Kannst du das irgendwo noch heute predigen in deiner Gemeinde? Das sind die Probleme. Man herrscht nicht zu weich, zu ängstlich, Begierden. Er hat der Frau jetzt einen Antrag gemacht, er bangt, dass sie es annimmt. Weicheier, noch und nöcher. Überall. Keiner bereit zu sagen, ich möchte es wenigstens versuchen. Der Weg wird nicht einfach sein. Das passiert nicht von heute auf morgen. Du wirst da vielleicht Anläufe brauchen, aber es ist möglich, der einzige Weg, dass der Mann wieder hergestellt wird. Konkret heißt es, dass er seine Begierden kreuzigt, dass er so lange wartet, bis Gott bereit ist, ihn zu nutzen, dass er wartet in Vertrauen, wie lange es auch dauert. Er wird erst die Ehe eingehen, wenn es wirklich nach der Ordnung Gottes ist. Die Frau kann ihn nicht zwingen. Wenn der Mann also in einer kaputten Ordnung gefunden wird, dann ist es klar, er hat da mitgewirkt. Also was ist der Ausweg? Zurück zu der Ordnung. Adam und Eva in den Garten in den Garten und auch die Zeit danach ist das gleiche Bild. Vorher war es perfekt, jetzt durch die Kraft Christus können wir da raus, aber Jesus zu bekennen, vorne, wenn der Pastor sagt, wer möchte heute Jesus annehmen, das ist nicht der Ausweg. Der Kampf ist jetzt tagtäglich im physischen reell auszufechten und es beginnt damit, dass der Mann endlich wieder hergestellt wird. Ich hoffe, dass du daraus was ziehen konntest aus diesem kurzen Vortrag. Wenn du das Video mochtest, teile es gerne. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren und wenn du die Arbeit ich hier mache, unterstützen möchtest, kannst du auch gerne tun. Die Info dazu gib es in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Friede sein mit dir.